So, Rente hat einen unmittelbaren Bezug, die gesetzliche Rente hat einen unmittelbaren Bezug zu den Löhnen. Und die Formel heißt, gute Löhne, gute Renten. Wenn die Renten 0,5% steigen, dann ist das die Konsequenz dadurch, dass in den vergangenen Jahren die Löhne wenig gestiegen wird. Wenn die Löhne mehr steigen, so wie jetzt die 90-jährige Metall hat beschlossen, 3,5%, dann 2%, wird sich das in ein, zwei Jahren auch wieder bei einer Rentenerhöhung niederspalten. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen guter Arbeit, guter Löhne, guter Alterssicherheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das aufgreifen und dafür sorgen, dass das mit den Niedriglöhnen zu Ende geht. Die Tatsache, dass Renten wenig erhöht werden in diesem Jahr, hat aber dann auch ganz klar den Grund, dass die, die im Erwerbsleben sind, in den letzten Jahren wenig zugeworfen haben. Vergleichbar wenig zugeworfen haben. Und da sagt man, ja, aber ich kenne deine große Firma, was weiß ich, Formel oder so, da sind die Löhne gestiegen. Aber das ist ja genau das Problem. Das Gefälle, was wir in der Wirtschaft haben und die Niedrigen und Minilöhne, die es dann an vielen anderen Stellen gibt, das alles wird dann im Durchschnitt gerechnet. Wenn im Durchschnitt die Löhne nicht steigen, kommt da oben auch nichts an, kommt nichts da oben drauf. Das ist das Problem, das man sehen muss. Das ist sogar ein bisschen komplizierter, weil da noch ein Demografiefaktor drin ist in dem Ganzen. Aber das ist das System. Deshalb muss man wollen, dass es für ordentliche Arbeit ordentliche Löhne gibt. Und nur dann wird man auch in Zukunft Rentner haben, die eine ordentliche Höhe haben. Und ich sage ganz klar, ich weiß den einen oder anderen treffe ich so und so dabei, wenn ich Geld zum Verteilen hätte, im Augenblick, ich würde es nicht an die Rentner geben, sondern an die Familien mit aufwachsenden Kindern. Das waren wir in den letzten Jahren die, das waren ganz klar die, die am meisten draufzahlen mussten. Da bin ich auch für. Ja. Das ist schon klar. Wenn ich in den Land arbeiten kann, man keine Familie bringen. Dann sind wir uns da schon einig dabei, was die Lohnentwicklung angeht, auch bei Abgeordneten. Das kann man nicht vergleichen mit der Rentenhöhe, denn bei den Abgeordneten sind die Renten ja nicht erhöht worden, sondern die Einkommen werden erhöht. Und das wird bei den Arbeitnehmern hoffentlich auch so sein, so wie bei meiner IG Metall jetzt auch. Und dann wird das auch wieder durchschlagen auf die Rentenentwicklung. So ist der Zusammenhang. Den darf man nicht aus den Augen verlieren. Deshalb ist es so wichtig, dass man immer wieder klar ist, sich darüber, man kann nicht eins von dem anderen trennen. Und deshalb ist das mit dem Krieg gegen die Minilöhne, die wir haben, auch so unverzichtbar, weil nur wenn wir da Ordnung reinbekommen, wird die Alterssicherung eine entsprechende Größe haben für die Zukunft. Deshalb ist das so wichtig, dass man das mitschleppt und dass man immer wieder versucht, das auch zu verbessern. Die Christa, wenn ich das sagen, so ansprechen darf, hat darüber gesprochen, dass sie als Mentorin arbeitet. Ja, das ist einer der Punkte, einer der Stellen, wo man anfassen kann, wo man helfen kann. Und natürlich, ich will das jetzt überhaupt nicht schönreden, aber es ist ganz sicher so, dass diejenigen, die Verantwortung haben und finden, auch wenn sie noch im Beruf sind oder auch nicht mehr, und in der Gesellschaft das ein oder andere tun können, dass sie dabei auch selbst ein Stück Befriedigung haben, überhaupt keine Frage. Man kann das sogar an der Gesundheitsentwicklung messen bei ganz vielen Menschen. Die, die aktiv sind, die, die unterwegs sind, die sind auch länger dabei und sind auch länger gut drauf und sind auch länger in ihrem Leben dann in der Lage, sich vernünftig zu bewegen und gut drauf zu sein. Also, ich finde das immer ein gutes Beispiel und ich hoffe, dass viele mitmachen und dass wir auch bei den jungen Menschen immer wieder welche finden, die dabei sind. Der Uwe hat angesprochen, die Agentur, die Möglichkeit an der Stelle, sich aktiv zu beteiligen. Das ist natürlich ein Feld, das ganz neu dazugekommen ist in den vergangenen Jahren. Neue Techniken, neue Möglichkeiten der Kommunikation auch. Ganz wichtig kann übrigens auch etwas sein, was gegen Vereinsamung hilft, wo man Kontakte abschieben hat, die es früher so gar nicht gegeben hat, sondern wo man hilft, dass die Menschen informiert sind und ganz besonders informiert sind über das, was vor Ort stattfindet. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber ich sehe mit großer Sorge, dass die Zahl der Abonnenten für Tageszeitungen zurückgeht und dass wir eine Kommunikation, wie wir die so nicht mehr hatten in den kleinen Städten und Gemeinden, nicht mehr überall so hinkriegen. Man weiß nicht mehr so ganz genau Bescheid. Als wir jung waren, haben wir immer erst mal hinten geguckt, wer hat sich verlobt, der ist sozusagen ausgeschieden, zu weitem verfahren. Aber natürlich auch, wer ist gestorben und wer ist Feuerwehrhauptmann geworden und wir haben die Fußball gespielt und so. Das war ja weniger die Seite 2, die wir da gelesen haben, mit den super klugen Kommentaren da. Das wussten ja sowieso schon alles besser. Aber dieser Teil, Geschichte der eigenen Heimat, der ist schon ganz wichtig. Und wenn man das auf anderen Wegen transportieren kann, wo man sich informiert, wo man Kontakt herstellt, kann ich nur dazu ermutigen. Die Sache mit den Ärzten, die aber noch angesprochen waren, ja, auch die Ärzte lernen zu. Inzwischen ist es aber so, dass wir ein Medizinstudium, wie auch ein oder zwei Semester machen für diesen ganzen Bereich Demenz, aber auch für SAPV, also spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Und ja, da gibt es Schwierigkeiten. Wir haben das Gesetz gemacht und das läuft auch, aber das ist etwas, das wird gegeben sozusagen auf Krankenschein. Das ist wie ein Medikament, das wird verschrieben. Und die Betreuung mit der spezialisierten ambulanten Palliativmedizin, die wird von medizinischem Dienst bewertet, so wie wenn man eine Pflegestufe bekommt. Und die medizinischen Dienste gehen da offensichtlich sehr unterschiedlich mit um. Ich habe jetzt die Tage an einer Stelle in Deutschland erlebt, da haben wir gesagt, ja, die machen das nur bei Krebskranken, nicht bei Menschen mit anderen Krankheiten. Aber es gibt natürlich auch viele andere Krankheiten, die ganz schwer sind. Das heißt, wir in der Politik haben das begriffen und wir wollen, dass diese Angebote der Palliativen und Hospizdienste flächendeckend werden, dass die Krankenkassen das auch bezahlen müssen. Wenn vor Ort keiner da ist, der das anschiebt, die Krankenkassen, und sie ausmachen, natürlich, dann kostet der Geld. Deshalb muss man vor Ort anfangen, in der Gemeinde, gucken, ob man das hinkriegen kann. Wenn nicht, dann muss man versuchen, auf eine andere Ebene das ganze Ding anzuschieben und zu helfen, dass diese Dinge dann auch vor Ort möglich sind. Hier ist nochmal was gesagt worden, was sehr wichtig war, was ich auch nochmal ausdrücklich aufnehmen will. Bessere Löhne, mehr Chancen geben den jungen Menschen und helfen, dass die Technik dazu hilft, den Lebensstandard zu verbessern und nicht zu schwächen. Das ist eine ewige Ambivalenz. Es gibt ja schöne Theaterstücke über die Weber, die die Webstühle kaputt schlugen. Das kennen wir ja alle. Aber ganz einfach gesagt, wenn wir die Technik nicht hätten, wären wir ein ganzes Stück ärmer. Wir würden auch nicht ganz so lange leben. Also wenn man die Technik weiterentwickeln kann, bin ich sehr dafür. Dann bin ich dafür, dass wir irgendwann vielleicht sagen, wir müssen nicht mehr 38 Stunden arbeiten, sondern vielleicht 35 oder weniger. Da ist die Lösung. Wenn man da nötige Geld für bekommt, von dem man leben kann, ist das in Ordnung. Als ich 1954 aus der Schule kam und meine Lehren begann als Industriekaufmann, arbeiteten gegeben Samstag bis um zwei. Also fünf Tage unter Samstag. Das war 48 Stunden Woche. Und dann fingen die Gewerkschaften an und haben gesagt, 40 Stunden Woche. Da hat meine Chefin, ich hatte eine Chefin, die hat mir dann ein Buch gegeben, das sollt ihr mal lesen. Darin war wissenschaftlich bewiesen, dass wenn weniger als 44 Stunden im Durchschnitt gearbeitet wird, die Gesellschaft in ein paar Jahren pleite ist. Das kann alles beweisen. Das haben die damals uns bewiesen. Also unter 44 Stunden wurde lebensgefährlich. Die kriegten übrigens für die 48 Stunden 50 Mark damals. War okay, musst du zu Hause abgeben, kriegst du fünf Mark Taschengeld dann. Aber gut, ich will mich überhaupt nicht beklagen, weil ich will nur sagen, wir haben erlebt, wie die Technik sich entwickelt hat mit einer Rasanz-Sondergleichen. Mit einer Rasanz-Sondergleichen. Es gibt ein Problem in der Technik, von dem ich selbst nicht weiß, wie man das einzuschätzen hat, aber das sind die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, die wir haben, die ein neues Tempo in die Gesellschaft bringen, die im Übrigen auch dazu beitragen, dass der Finanzkapitalismus so, wie wir ihn erleben, möglich ist, dass sie mit Maschinen und Algorithmen heute arbeiten, die in millionenfacher Geschwindigkeit im Vergleich zu früher das Geld kreuz und quer durch die Welt treiben und den Primat der Politik völlig ausfüllen. Und das ist eine Sorge, die wir ja so nicht in der Fraktion immer auch wieder erleben und die wir auch haben und die wir, glaube ich, auch beide teilen, dass das für die Demokratie ganz schwierig werden kann. Wenn man nicht lernt, mit den neuen Techniken vernünftig umzugehen. Ich spreche ausüblich nicht dagegen. Ich bin dafür, dass man sie nutzt. Das ist wie die neue Buchrückerkunst. Aber Demokratie braucht ein menschenadäquates Tempo. Ich muss etwas verstehen können. Ich muss etwas aufnehmen können. Ich muss darüber reden können. Ich muss mich verständigen können. Ich muss darüber abstimmen können. Ich muss das Parlament damit beschäftigen können. Und das ist an vielen Stellen nicht oder nicht mehr so gegeben, wie wir eigentlich wollen. Das eigentliche Problem, um das wir da kämpfen, sind nicht die Schulden in Griechenland, die dann so schwierig die sind. Aber Bremen, in der Bundesrepublik Deutschland, ein Land, kann auch nie alleine leben. Die schmeißen wir auch nicht raus. Wir müssen den Griechen helfen, dass sie sich konsolidieren und die Korruption bekämpfen und vernünftig umgehen mit ihrem Geld. Aber wir müssen in Europa zusammen machen. Das eigentliche Problem sind die, die in der Welt unterwegs sind und mit dem Geld spekulieren. Denn ich lese, dass im letzten Jahr in den USA 25% aller Gewinne durch Spekulationen auf Geld gemacht werden. Wo nichts für getan wird, außer, dass Leute auf Geld spekulieren, weiß ich, da entstehen irgendwo riesengroße Löcher, in die viele kleine Leute reinfallen, die die Arbeit verlieren und die Pleite gehen und was alles dazukommt. Und das ist die größte Sorge, die ich im Moment in Bezug auf die Technik habe, wo man sagen muss, das müssen wir in den Griff bekommen. Vor 150 Jahren haben wir den alten Kapitalismus gepackt und haben dafür gesorgt, dass das erträglicher wurde, dass es einen 8-Stunden-Tag gab, dass sie sich versammeln durften, dass sie Tarifverträge machen durften. So, und wir müssen auch mit dem Geld, mit dem großen Geld fertig werden. Wir dürfen uns als Sozialdemokraten nicht damit abfinden, dass der Missbrauch dieser Technik, die wir jetzt haben, dazu benutzt wird, dass die Demokratie klein gemacht wird. Das können wir nicht. Geld darf die Welt nicht regieren. Das ist das Gebot der Stunde. Das Letzte, ja, wie gehen wir um mit den Chancen der jungen Menschen? Wir haben natürlich schon oft gesprochen über die Fragen vom Praktiker. Wenn man aus beruflichen Gründen ein Praktikum machen muss, dann muss das sein. Ich will nochmal sagen, da gibt es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, was das ist. Und manchmal wird dieser Begriff Praktikum, der eigentlich ein bisschen positiv belegt, aber auch Missbrauch für Beschäftigung ohne Geld. Das ist kein Praktikum, das ist Missbrauch von Arbeit, überhaupt nichts anderes. Wenn mir eine junge Frau erzählt, ja, sie hat ein Angebot bekommen, bei einem Aussteller da auf einer Messe mitzuhelfen, acht Tage da, den Messestand aufzubauen und zu betreuen, Patrice, nichts, sie macht ein Praktikum, das ist kein Praktikum. Das ist ganz einfach, Missbrauch, strafbar. Das kann überhaupt so nicht sein, aber so. Da müssen wir jedenfalls die Gesetze auch nochmal verschärfen, die Kontrollen vor allen Dingen auch verschärfen und dafür sorgen, dass man da nicht dran vorbeiarbeiten kann. Ansonsten stimme ich dem zu, was Sie gesagt haben zum Schluss. Nämlich, dass die Situation, die wir jetzt haben am Arbeitsmarkt, auch ein positives Element hat an der Stelle. Zwei Sachen werden passieren. Die jungen Leute werden leichter einen Ausbildungsplatz und einen Job bekommen und die Arbeitgeber werden mehr bezahlen müssen. Ich sage Ihnen voraus, dass über eine Erhöhung der Löhne in den nächsten Jahren es auch eine Stabilisierung hin in die Alterssichtung geht. Ich bin auch in Ostdeutschland unterwegs und längst sehen die Unternehmen, wenn sie den Menschen nicht mehr bezahlen, dann hauen die alle ab, dann gehen die nach Baden-Württemberg, aber die brauchen die, die brauchen die. Also sagen, gut, da müssen wir wohl, Schritt für Schritt, und das ist ein bisschen Veränderung am Arbeitsmarkt, die sich durchaus positiv auswirken kann auf die Chance, Arbeitsplätze zu finden und auf die Löhne, die gezahlt werden können. Es wird an vielen Stellen wieder die Chance geben, wo die Arbeitnehmer dem Arbeitgeber auch mal sagen können, pass mal auf, da ist eine andere Firma, die gibt mir mehr, entweder du mir auch oder ich bin an einer anderen Stelle. Das hat es ja früher auch schon mal gegeben und das ist ganz gut, wenn da mal ein bisschen Konkurrenz an der Stelle wieder erscheint. Also diese demografische Entwicklung, die hat auch solche Momente, die man auch nutzen muss, wo man einfach sagen muss, so sind wir hier... Aber das dauert noch. Na, lass uns mal in fünf bis zehn Jahren weitersprechen. Das geht weiter auf 2020 hin, auf 2020 hin, du lachst so, in 2020 bin dann 80, aber laden wir das nochmal ein, dann kommt das noch ein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.